Tixmion. Tixmion ist einer der vielen Engel, der mit Salz zu tun hat. Tixmion ist ein Engel, der die Kraft des Salzes symbolisiert. Also Tixmion spielt auch in der zeremoniellen Magie eine Rolle und auch in der Alchemie, denn dort hat Salz eine bestimmte magische Kraft und die magische Kraft des Salzes wird angerufen, unter anderem über den Engel Tixmion. Tixmion.